Wir haben es geschafft. Nun, da das Monster zerstört wurde, sind die Mönche, die unter seiner Kontrolle standen, wieder normal. Hehehe. Du denkst, du hast den Tag gerettet, hm? Denk mal nach. Wer ist da? Mein Name ist Nergal. Auf anschaß und geheiß bin ich hier, um dich auszulöschten. Warum machst du das, was Schreckliches? Ich habe nur getestet, ob du meine Zeit wert bist. Sieht so aus, als hättest du den Test bestanden. Nun ist es Zeit für... The Real Deal. Und ich beginne mit dir. Farlek! Vergiss mich. Du musst sie besiegen. Aber... Schnell! Mir geht's gut. Du musst sie besiegen. Schnauze! Arrgh! Arrgh! Vorboss, Daimus! Beschützt, Farlek! Verdammte Raben! Raus aus meinem Gesicht! Weg von meinem Gesicht! Das ist, äh... That would is mine. Äh, du bist nicht zurück. Komm zur Kreta Yuga. Nein! Vorboss, Daimus, Farlek! Ah, der Gemethus Rubin! Ach, so sieht der Hohepriester eigentlich aus. Hallöchen, Hohepriester! Hohepriester! Du bist die, die mich, äh... Die mich befreit hat, oder? Ich bin nun von diesen bösen Gedanken befreit. Du hast meine Dankbarkeit. Ähm... Wenn ich irgend... Wenn ich es irgendwie wieder gut machen kann, sag einfach ein Wort. Kreta Yuga. Wo ist Kreta Yuga? Ah, Kreta Yuga ist der Name des... Der Tempelruinen in der Nähe des Yaga-Dorfes. Natürlich, als... Yaga ist selbst eine Ruine. Das ist doch keine Ruine. Wir waren dort. Äh, was willst du von mir, Opa? Kausche aus dem Badezimmer. Der Ort, äh... Der Ort des Tempels ist genauso schwierig zu bestimmen. In antiker Zeit, Kreta Yuga, war der... Ort... Wo ist er? Ähm... Der Anbetung für einen Gott namens Yari Ite. Nur... Dieser Tage ist es... Äh, warte. Hast du gesagt, Yaga ist eine Ruine? Wie könnte das passieren? Ich war da doch. Oh, mein Kind. Nein. Yaga... Äh... Ist seit fünf... Oh, äh... Das ist seit über 50 Jahren in diesem Zustand. Äh, was? Äh, planst du immer noch nach Kreta Yuga zu gehen? Ja, ich muss. Äh, wenn das der Fall ist, dann nimm dies bitte mit. Received as Sacred Token. Ja, mein Heiligen etwas bekommen. Cool. Danke, alter Mann. Kann ich mir das... Kann ich das ausrüsten? Nö. Natürlich nicht. Items. Token from a High Priest in Lhasa. Okay, cool. Na gut. Alles klar. Die... Also das Dorf ist zerstört, ja? Kann sein, dass das Schicksal schon verändert wurde? Das Speichern. Also dafür ist ein Nergal, aber auch angeblich irgendwie... Übel drauf sein soll. Höh, bleib! Bekomme ich jetzt die Kisten. Also gut. Zurück zum Dorf. Äh... Das heißt, ich muss... Ja, ja. Ja. Ähm... Wo muss ich denn? Äh, halt da. Hallo. Noch ein bisschen leveln, bevor es zum Boss-Fight kommt, ne? Äh, runter muss ich. Hä? Es ist... Vollkommen leer. Hoppala. Sind wir vielleicht mit Geistern umhergewandert? Aber das In-Schild, ne? Es ist in Ordnung. Neh, hohe Priester hat recht. Was ist passiert? Lea, genauso wie der Rest. Oh, ältester. Lady Mars. Das Dorf war nur eine Illusion. Hä? Diese... Äh, dieses Dorf wurde für dich wiederhergestellt. Was? Nur für mich? Warte. Heißt das, dass jeder ein Geist war? Ja. Ähm... Aus der Sicht... Aus der Sicht des Lebens... Eines Lebenden könnte man das so sagen. Was? Falec ist auch ein Geist? Ah, Falec. Äh... Er war ein bisschen anders von uns allen. Geh zur nördlichen Höhle. Dort... Äh... Wie fand ich auch... Dort wirst du den Weg zum Sieg finden. Ältester, warte! Er ist weg. Die Kisten... Die Kisten. Warum? Ja, Ruby Bracelet. Jawohl! Ja! Hey, ich kann mich ausrosten. Nein, falsche Taste. Jesus. Ähm... Accessoires. So. Da. Speed Up, Attack Up. Oh, HP hört sich auch ein bisschen... Neues. Das ist... Drei... Hier geht alles plus, ne? Hier geht alles plus. Attacke geht runter. Nein, das kann ich nicht zulassen. So. Ah, die Dame ist ausgerustet. Sehr schön. Joah. Okay. Äh... Kann ich mich hier mal umschauen? Hoah. Gleich diese böse Musik. Überall. Kann ich hier noch schlafen? Da ist ne Kiste. Ich will die Kiste haben. Aber die Betten sind noch da. Kein... Schlafen. Nein, das kann ich nicht. Schade. Okay, es wird hier wahrscheinlich... Oh, Shop. Komm. Must. Warte mal, ich will noch mal das so. Hä? Fahlexhaus ist genau da unten. Oh, irgendwas ist da runtergefallen. Ja. Nimm's mit. Es wird nur ein... kaputter... Topf. Warum? Ach, was kümmert mich das? Bleib cool, Mars. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ich muss mich beeilen und Fahlex helfen. Er hat bestimmt ein Fahlex-Symbol für dich. Was? Ach nee, da... Da nicht. Ähm... Ältestenhaus hier. So, die Kisten habe ich geöffnet. Die Kiste steht einmal noch! Nein! Und irgendwer hat den Kamin zugemauert. Hm. Warum ist das passiert? Hm. Geht nichts weiter. Gut. Ja, dann halt... Äh, auf zu den... Hallo? Hö... Zu der Höhle. Ja, ein bisschen mehr Damage noch. Schön. Das ist schön. Ach, kann ich hier... Speichern. Soll ich hier speichern? Habe ich das übersehen? Nee, das ist die Höhle, ne? Ja, die Musik ist die gleiche... Äh... In der Schweiz in der Höhle. Ich habe das Gefühl, ich habe nur was übersehen. Und level up. Schön. Ach, nicht. Geht's? In das... Oh, ja, geht. Nee, alles gut. Hm. Ich dachte, ich hatte irgendwie eine Abzweigung. Ich hatte zu viel gesehen. Nein, ich lege die Höhle! Okay. 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 Soll ich noch mal speichern? Ach ja. Okay. Toros, dir geht's gut. Warte mal kurz. Warte, ich mach mal kurz mein Handy hier. Ich weiß, den vibriert hier gerade die ganze Zeit. Oder gefühlt irgendwie öfters. So, besser. Weißt du, wo Farlek ist? Führe mich. Ja, führe mich. Und das Ding fliegt hinter mir her, ne? Es ist ja auch schon wieder so wunderbar. Kämpft es wenigstens mit mir? Nee, bestimmt nicht, ne? Nö. Huh. Rune Raider A, Rune Raider B. Was wollen die denn von mir? Ha! Was hat denn die jüngere Chance gegen mich? Hm. Oh. Speicher schon. Cool. Einfach so mitten in der Öle. Nice. Ach komm, ich hab ja schon mal besiegt. Äh. Nice. EXEH. Oh. Mm-hmm. irmal. Hey. Hey. Oneries. Hey. 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 's.